Rotkäppchen Es war einmal ein Mädchen, das hatte jedermann lieb, am liebsten jedoch seine Großmutter. Diese schenkte dem Mädchen ein rotes Käppchen. Und da es von nun an nichts anderes mehr tragen wollte, wurde es von allen nur noch Rotkäppchen genannt. Eines Tages machte sich die Kleine auf den Weg in den Wald, denn dort wohnte die Großmutter. Die alte Dame war krank und konnte nicht aufstehen, darum wollte ihr Rotkäppchen, Kuchen und Wein zur Stärkung bringen. Geh aber nicht vom Wege ab, ermahnte es die Mutter und Rotkäppchen versprach es. Im Wald traf Rotkäppchen den Wolf, doch es wusste nicht, was für ein Bösewicht das war. »Wohin des Weges?«, fragte er ganz freundlich, und Rotkäppchen erzählte ihm von seinem Besuch bei der Großmutter. Da dachte sich der Wolf, »Die beiden würden mir gut schmecken, doch ich muss es geschickt anfangen.« Darum sagte er, »Schau doch mal die bunten Blumen. Möchtest du der Großmutter nicht einen schönen Strauß pflücken?« Da lief Rotkäppchen vom Wege ab in den Wald hinein, denn gern wollte es der Großmutter mit einem Blumenstrauß eine Freude bereiten. Der Wolf aber lief rasch zum Haus der alten Dame. Er sprang in die Stube und verschlang die arme Großmutter ohne ein Wort. Dann zog er ihre Kleider an, setzte ihre Haube auf und legte sich ins Bett. Als Rotkäppchen wenig später zum Haus der Großmutter kam, erhielt es auf seinen Gruß keine Antwort. Und wie es in das Schlafzimmer trat, lag da die Großmutter und sah ganz wunderlich aus. »Ei, Großmutter, was hast du für große Ohren?«, rief Rotkäppchen. »Dass ich dich besser hören kann.« »Ei, Großmutter, was hast du für große Augen?«, »Dass ich dich besser sehen kann.« »Ei, Großmutter, was hast du für große Hände?«, »Dass ich dich besser packen kann.« »Ei, Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul?« »Dass ich dich besser fressen kann.« Kaum hatte der Wolf das gesagt, sprang er aus dem Bett und verschluckte auch das Rotkäppchen. Als der Unhold nun seine Gier gestillt hatte, legte er sich wieder ins Bett, schlief ein und fing an, schrecklich laut zu schnarchen. Darüber wunderte sich der Jäger, der gerade an dem Haus vorbeiging. Er beschloss, nach dem Rechten zu sehen und fand den kugelrunden Wolf. Da kam es ihm in den Sinn, dass der Bösewicht die Großmutter gefressen haben könnte und er schnitt dem schlafenden Tier den Bauch auf. Kaum hatte er ein paar Schnitte getan, da sprang auch schon das Rotkäppchen heraus. Die Großmutter folgte kurz darauf, außer Atem zwar, aber unversehrt. Froh darüber, am Leben zu sein, dankten beide dem guten Jägersmann für ihre Rettung. Und Rotkäppchen versprach, nie wieder allein vom Wege abzugehen, wenn die Mutter es verboten hatte. Aschenputte Es war einmal ein Mädchen, das war lieb und gut zu Mensch und Tier. Jedoch hatte es eine böse Stiefmutter und zwei garstige Stiefschwestern, für die es von morgens bis abends, Tag ein, Tag aus, schwere Arbeit verrichten musste. Während die Stiefschwestern die schönsten Kleider und den kostbarsten Schmuck trugen, war das arme Mädchen in alte Lumpen gehüllt. Und da es neben dem Ofen in der staubigen Asche schlafen musste, wurde es nur Aschenputte genannt. Obendrein wurde es von seinen Stiefschwestern verspottet und gequält. Sie schütteten ihm Erbsen und Linsen in die Asche, sodass es sitzen und sie wieder auslesen musste. Doch die zahmen Täubchen aus dem Garten halfen Aschenputtel dabei. Eifrig sammelten sie die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Einzig am Grabe seiner lieben Mutter fand das Mädchen Trost. Dort stand ein wundersamer Haselbaum, und immer wenn Aschenputtel einen Wunsch aussprach, kam ein weißes Vöglein geflogen und warf herab, was es sich gewünscht hatte. Eines Tages lud der König alle jungen Mädchen des Landes zu einem großen Fest ins Schloss, damit sich sein Sohn eine Braut auswählen konnte. Aschenputtel half seinen Stiefschwestern bei den Vorbereitungen, doch als es bat, auch mit auf den Ball gehen zu dürfen, erwiderten sie nur spöttisch, »Du hast keine Kleider und kannst nicht tanzen. Wir müssten uns deiner schämen.« Damit eilten sie davon. Weinend lief Aschenputtel zum Grab seiner Mutter und rief, »Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich.« Da warf ihm der Vogel ein goldenes Kleid und silberne Schuhe herunter, die es sogleich anzog. Und als Aschenputtel so kostbar gekleidet im königlichen Ballsaal erschien, kam ihm der Prinz entgegen und forderte es zum Tanz auf. Sie tanzten den ganzen Abend nur miteinander, denn Aschenputtel war das schönste Mädchen im Saal. Und wenn ein anderer kam, um es aufzufordern, sprach er, »Das ist meine Tänzerin.« Niemand unter den Gästen erkannte es, auch nicht Stiefmutter und Stiefschwestern. Kurz vor Mitternacht aber verabschiedete sich Aschenputtel plötzlich und eilte aus dem Schloss nach Hause. Der überraschte Prinz wollte der schönen Unbekannten folgen. Doch alles, was er von ihr fand, war ein silberner Schuh, den Aschenputtel auf der Treppe verloren hatte. Am nächsten Morgen machte sich der Prinz gleich auf die Suche nach dem Mädchen, dem dieser zierliche Schuh passte. Denn nur dieses wollte er zur Frau nehmen. So gelangte er bald auch zu Aschenputtels Elternhaus. Freudig nahm die erste Stiefschwester den Schuh mit in ihre Kammer, doch konnte sie ihren großen Zeh nicht hineinzwängen. Da nahm sie ein Messer und hackte den Zeh ab, sodass der Schuh passte. Der Prinz setzte sie auf sein Pferd und wollte losreiten. Doch die zahmen Täubchen im Garten riefen, »Rucke die Kug, rucke die Kug, Blut ist im Schuh. Der Schuh ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim.« Er blickte auf ihren Fuß und sah, wie das Blut herausquoll. Da verlangte der Prinz, dass die andere Schwester den Schuh anziehen solle. Bei der zweiten passte die Ferse nicht hinein. Heimlich nahm sie ein Messer und hackte ein Stück davon ab. Doch auch diesmal riefen die Täubchen, »Rucke die Kug, rucke die Kug, Blut ist im Schuh. Der Schuh ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim.« Auf des Prinzen Frage, ob denn nicht noch ein Mädchen in diesem Hause lebe, rief die Stiefmutter widerstrebend das staubige Aschenputtel herbei. Das steckte seinen Fuß in den Schuh, und dieser passte wie angegossen. Da erkannte der Prinz das schöne Mädchen vom Ball wieder und führte es als seine Braut auf sein Schloss. Dort lebten sie glücklich bis an ihr Ende. Der Wolf und die sieben Geißlein Es war einmal eine Geiß, die hatte sieben junge Geißlein. Eines Tages ging die Mutter in den Wald, um Futter zu holen. Da sprach sie zu ihren Kindern, »Seid auf der Hut vor dem Wolf. Wenn er hereinkommt, frisst er euch mit Haut und Haaren. Der Bösewicht verstellt sich gern, Doch an seiner rauen Stimme und an seinen dunklen Füßen werdet ihr ihn gleich erkennen.« Die Geißlein versprachen, sich in Acht zu nehmen, und die Mutter machte sich getrost auf den Weg. Es dauerte nicht lange, da klopfte jemand an die Haustür und rief, »Macht auf, ihr lieben Kinder, eure Mutter ist da und hat jedem von euch etwas mitgebracht.« Die Geißlein aber hörten an der rauen Stimme, dass es der Wolf war. »Wir machen nicht auf!« riefen sie. »Du bist unsere Mutter nicht! Du bist der Wolf!« Da ging der Wolf zum Krämer, verlangte ein großes Stück Kreide und aß sie, damit sie seine Stimme fein machte. Dann ging er zurück zum Haus, klopfte erneut und rief, »Macht auf, ihr lieben Kinder, eure Mutter ist da und hat jedem von euch etwas mitgebracht.« Aber der Wolf hatte seine dunkle Pfote ins Fenster gelegt. Das sahen die Kinder und riefen, »Wir machen nicht auf! Unsere Mutter hat keinen dunklen Fuß wie du! Du bist der Wolf!« Da lief der Wolf zum Müller, forderte einen Sack Mehl und färbte sich damit die Pfote weiß. Nun ging der Bösewicht zum dritten Mal zu der Haustür und rief abermals, »Macht mir auf, Kinder, euer liebes Mütterchen ist heimgekommen und hat jedem von euch etwas mitgebracht.« Die Geißlein riefen, »Zeig uns erst deine Pfote!« Da legte er die weiße Pfote ins Fenster. Die Geißlein glaubten, es wäre die Wahrheit und öffneten die Tür. Wer aber hereinkam, das war der Wolf. Sie erschraken und wollten sich verstecken. Das eine sprang unter den Tisch, das zweite ins Bett, das dritte in den Ofen, das vierte in die Küche, das fünfte in den Schrank, das sechste unter die Waschschüssel und das siebte in den Kasten der Wanduhr. Aber der Wolf fand sie alle und machte nicht langes Federlesen. Eins nach dem anderen schluckte er hinunter. Nur das jüngste Geißlein im Kasten der Wanduhr, das fand er nicht. Als der Wolf seine Gier gestillt hatte, legte er sich draußen auf die grüne Wiese und fing an zu schlafen. Nicht lange danach kam Mutter Geiß nach Hause. Ach, was musste sie da erblicken! Die Haustür stand sperrweit offen und ihre Kinder waren nirgends zu sehen. Sie rief sie nacheinander beim Namen, aber erst das jüngste Geißlein antwortete ihr. Als sie von ihm hörte, was geschehen war, machte sich die Mutter auf die Suche nach dem Wolf. Sie fand ihn noch immer schlafend, doch in seinem Bauch regte sich etwas. Waren die armen Kinder vielleicht noch am Leben? Rasch holte die Geiß Schere, Nadel und Faden und schnitt dem Ungetüm den Bauch auf. Kaum war der erste Schnitt getan, streckte auch schon ein Geißlein den Kopf heraus. Und als sie weiterschnitt, sprangen alle sechs heraus, völlig unversehrt, denn der Wolf hatte sie in seiner Gier ganz hinuntergeschluckt. Überglücklich schloss die Mutter ihre Kinder in die Arme. Dann aber füllten sie den Bauch des Wolfes eilig mit Steinen, bevor die Mutter ihn wieder zunähte. Als der Bösewicht erwachte, wunderte er sich. Was rumpelt und pumpelt in meinem Bauch herum, ich meinte, es wären sechs Geißlein, dabei sind's lauter, wacker Stein. Und als er etwas Wasser trinken wollte, zog ihn das Gewicht der Steine in den Brunnen, wo er jämmerlich ersaufen musste. Dornröschen Vorzeiten gab es einen König und eine Königin. Die bekamen eine kleine Tochter. Der König gab ein großes Freudenfest und lud die weisen Frauen des Landes ein, damit sie das Kind mit ihren Wundergaben beschenkten. Es waren ihrer dreizehn. Weil er aber nur zwölf goldene Teller hatte, musste eine von ihnen daheim bleiben. Das Fest ward mit aller Pracht gefeiert. Und als es zu Ende war, beschenkten die weisen Frauen das Kind mit ihren Wundergaben. Die eine mit Tugend, die andere mit Schönheit, die dritte mit Reichtum und so mit allem, was auf der Welt zu wünschen ist. Als elf der Frauen ihre Sprüche getan hatten, trat plötzlich die dreizehnte herein. Sie wollte sich dafür rächen, dass sie nicht eingeladen war und rief, die Königstochter soll sich in ihrem fünfzehnten Jahr an einer Spinde stechen und tot umfallen. Da trat die zwölfte hervor, die ihren Wunsch noch übrig hatte und weil sie den bösen Spruch nicht aufheben, sondern nur mildern konnte, sagte sie, es soll kein Tod sein, sondern ein hundertjähriger tiefer Schlaf, in welchen die Königstochter fällt. Der König, der sein Kind vor dem Unglück bewahren wollte, befahl alle Spinde in dem ganzen Königreich zu verbrennen. An dem Mädchen aber wurden die Gaben der Waisenfrauen erfüllt. Es war so schön und freundlich, dass es jedermann lieb hatte. Eines Tages aber, es war der fünfzehnte Geburtstag der Prinzessin, war sie allein im Schloss und ging überall herum, bis sie in einen alten Turm kam. Da saß in einem Stübchen eine Frau mit einer Spindel und spann emsig ihren Flachs. Das Mädchen nahm neugierig die Spindel, die lustig herumsprang. Doch kaum hatte es sie angerührt, erfüllte sich der Fluch und es stach sich in den Finger. Die Königstochter sank auf das Bett nieder, das da stand, und fiel in einen tiefen Schlaf. Und dieser Schlaf verbreitete sich im ganzen Schloss. Da schliefen nun alle Diener und Mägde, die Tiere in ihren Ställen, die Tauben auf dem Dach, sogar die Fliegen an der Wand. Auch der König und die Königin, die gerade heim kamen, schliefen ein. Rings um das Schloss aber begann eine dichte Dornenhecke zu wachsen, die jedes Jahr höher ward und schließlich das ganze Schloss umzog, bis nichts mehr davon zu sehen war, nicht mal die Fahne auf dem Dach. Nach einiger Zeit ging in dem Land die Sage von dem schönen schlafenden Dornröschen, denn so ward die Königstochter genannt. Immer wieder kamen Königssöhne, die durch die Hecke in das Schloss dringen wollten, doch die Dornen hielten fest zusammen und die Jünglinge blieben darin hängen und starben eines jämmerlichen Todes. Nach langen Jahren kam wieder einmal ein Königssohn, der von dem schlafenden Dornröschen gehört hatte. Nun waren aber gerade die hundert Jahre verflossen und der Tag war gekommen, wo Dornröschen wieder erwachen sollte. Als der Königssohn sich dem Schloss näherte, taten sich die Dornen von selbst auseinander und ließen ihn hindurch. Er kam zu dem Turm und öffnete die Stube, in welcher Dornröschen schlief. Da lag es, so wunderschön, dass er ihm einen Kuss geben musste. Wie er es berührt hatte, schlug Dornröschen die Augen auf und blickte ihn freundlich an. Der ganze Hofstaat erwachte nun und alle sahen einander mit großen Augen an. Pferde und Hunde schüttelten sich und sprangen auf, die Tauben flogen davon und die Fliegen an der Wand krochen weiter. Da wurde die Hochzeit des Königssohnes mit Dornröschen in aller Pracht gefeiert und sie lebten unvergnügt bis an ihr Ende. Hänsel und Mädchen Gretel In ihrem Hause herrschten Hunger und bittere Not und eines Tages wollte die Frau das wenige Brot nicht länger mit den Kindern teilen. Da zwang sie den Mann die beiden in den tiefen dunklen Wald zu bringen damit sie nie wieder nach Hause fänden. Dem armen Mann war das Herz schwer vor Kummer doch konnte er gegen die Bosheit der Frau nichts ausrichten und musste tun was sie wollte. So nahm er die Kinder mit in den Wald. Hänsel aber der die Eltern belauscht hatte ließ den ganzen Weg über heimlich Brot kommen auf die Erde fallen. Tief im Wald angelangt machte der Vater den Kindern ein Feuer. Dort sollten sie warten bis er mit dem Holz fällen fertig wäre. Dann wollte er Hänsel und Gretel wieder abholen. Die Zeit verging und die Kinder schliefen am Feuer ein. Als sie wieder erwachten, war es schon tiefe Nacht. Das Schlagen der Holzfäller Axt war nun nicht mehr zu hören. Da wussten die Kinder, dass der Vater sie im Wald zurückgelassen hatte. Hänsel nahm Gretel an der Hand und suchte im Licht des Mondes nach den Brotkrumen, die er fallen gelassen hatte. Sie sollten ihnen den Weg nach Hause weisen. Doch die Vöglein hatten sie inzwischen alle aufgepickt. So irrten die Geschwister einen Tag, eine Nacht und noch einen Tag lang durch den Wald, bis sie an ein seltsames Häuschen kamen. Es war ganz aus Kuchen gebaut, das Dach mit Zucker Guss verziert. Die hungrigen Kinder brachen ein Stück vom Fensterladen ab und es schmeckte ihnen herrlich. Da trat plötzlich eine alte Frau heraus. Hänsel und Gretel erschraken, doch die Frau tat freundlich und lud sie in ihr Haus ein, um sich zu stärken und schlafen zu legen. Als die Kinder nun aber schliefen, packte die alte Hänsel und sperrte ihn in ein Ställchen. Denn in Wahrheit war sie eine böse Hexe, die die Kinder angelockt hatte, um sie zu essen. Gretel musste nun jeden Tag das beste Essen kochen, um es Hänsel zu bringen, der davon schön fett werden sollte. Die Hexe ging jeden Morgen hinaus und ließ Hänsel seinen Finger durch das Gitter stecken. So wollte sie fühlen, ob er endlich fett genug war. Der Junge aber streckte ihr nur ein Knöchlein hin, und die Alte, die trübe Augen hatte, hielt es für den Finger und wunderte sich, dass er noch so mager war. Doch eines Tages war sie es leid zu warten und sie befahl Gretel, den Backofen anzuheizen. Hänsel sollte nun braten. Die arme Gretel aber gab vor, nicht zu wissen, wie sie den Ofen anfeuern sollte. Schimpfend schob die Hexe das Mädchen beiseite und steckte selbst den Kopf durch die Ofentüre. Da gab Gretel ihr einen Stoß, das sie hineinfiel und jämmerlich verbrannte. Endlich konnte Gretel ihren Bruder befreien und beide herzten und küßten sich vor Freude. Dann gingen sie in das Hexenhaus, wo sie Kisten voller Perlen und Edelsteine fanden. Sie nahmen davon, so viel sie tragen konnten und machten sich auf die Suche nach dem Heimweg. Endlich fanden sie heraus aus dem tiefen Hexenwald und sahen ihrer Eltern Haus. Mutter und Vater schlossen die Kinder überglücklich in die Arme, denn sie hatten keine frohe Stunde mehr gehabt, seit sie Hänsel und Gretel im Wald gelassen hatten. Dank der Schätze aus dem Hexenhaus hatte nun alle Not ein Ende und sie lebten glücklich bis zum Ende ihrer Tage. Der Hase und der Igel Es war einmal an einem schönen Sonntagmorgen in der Herbstzeit, als der Igel vor seiner Türe stand. Vergnügt trällerte er ein Liedchen vor sich hin, so gut und so schlecht, wie ein Igel es vermag. Da fiel ihm auf einmal ein, er könne wohl, während seine Frau die Kinder anzog, ein bisschen im Feld spazieren gehen und dabei nach seinen Steckrüben sehen. Gesagt, getan. Er war noch nicht sehr weit gekommen, als ihm der Hase begegnete, der seinerseits nach dem Kohl auf dem Feld sehen wollte. Als der Igel den Hasen erblickte, wünschte er ihm freundlich einen guten Morgen. Der Hase aber hielt sich für besonders fein und vornehmen, so erwiderte er des Igels Gruß nicht, sondern fragte hochmütig, wie kommt es denn, dass du schon so früh am Morgen im Feld herumläufst? Ich gehe spazieren, antwortete der Igel. Spazieren? lachte der Hase. Kannst du das mit deinen Beinen überhaupt? Diese Antwort ärgerte den Igel über alle Maßen, denn auf seine Beine ließ er nichts kommen, gerade weil sie von Natur her krumm waren. Du bildest dir wohl ein? antwortete der Igel, dass du mit deinen Beinen mehr ausrichten kannst? Nun, das käme auf einen Versuch an, bei einem Wettlauf würde ich glatt an dir vorbeilaufen. Das ist zum Lachen, du mit deinen schiefen Beinen, sagte der Hase, aber meinetwegen, wenn du so übergroße Lust hast, die Wette gilt, lass uns gleich beginnen. Nein, ich will mich nur noch schnell zu Hause stärken, meinte der Igel, in einer halben Stunde treffen wir uns wieder. Der Hase war zufrieden. Der Igel aber wollte dem Hasen zeigen, was für ein dummer Kerl der war, lief nach Hause und rief seiner Frau zu, ich will mit dem Hasen Feld um die Wette laufen und du sollst dabei sein. Die Frau war ganz erschrocken, doch ging sie mit. Unterwegs erklärte ihr der Igel, auf dem langen Acker dort wollen wir unseren Wettlauf machen. Der Hase läuft in der einen Furche, ich in der anderen, dort hinten ist der Staat. Du aber stellst dich an dieses Ende der Furche und wenn der Hase hier ankommt, dann rufst du ihm entgegen, ich bin all hier. Der Igel wies seiner Frau ihren Platz an und ging den Acker hinauf. Der Hase wartete schon, nun stellte sich jeder in seine Furche. Der Hase zählte eins, zwei, drei und los ging er wie ein Sturmwind den Acker hinunter. Der Igel lief nur drei Schritte, dann duckte er sich in die Furche und blieb sitzen. Als nun der Hase im vollen Lauf unten ankam, rief ihm des Igels Frau entgegen, ich bin all hier. Der Hase stutzte und wunderte sich nicht wenig. Er dachte natürlich, der Igel selbst würde ihm das zu rufen, denn bekanntlich sieht Frau Igel gerade so aus wie ihr Mann. Der Hase aber meinte, das geht nicht mit rechten Dingen zu, noch einmal gelaufen, wieder herum. Und fort ging es wieder, wieder Sturmwind, so dass ihm die Ohren am Kopfe flogen. Des Igels Frau aber blieb ruhig an ihrem Platze und als nun der Hase oben ankam, rief ihm der Igel entgegen, ich bin all hier. Der Hase aber ganz außer sich vor Eifer rief, noch einmal gelaufen, wieder herum. So lief der Hase 73 Mal und jedes Mal, wenn er ankam, rief der Igel oder seine Frau, ich bin all hier. Beim 74. Mal aber brach der Hase mitten auf dem Acker zusammen. So gewann der Igel gegen den hochmütigen Hasen und seit jenen Tagen hat es sich kein Hase mehr einfallen lassen gegen einen Igel um die Wette zu laufen. Der gestiefelte Kater Es war einmal ein Müllers Sohn, der erbte von seinem Vater nur eine Katze. Traurig überlegte er, was er mit dem Kater anfangen solle, als dieser zu ihm sprach, der wird bald geholfen sein, lass mir nur ein paar Stiefel machen, dass ich mich unter den Leuten sehen lassen kann und gib mir einen großen Sack. Der Müllers Sohn wunderte sich zwar, doch gehorchte und der Kater ging alsbald auf zwei Beinen zur Tür hinaus. Zu dieser Zeit gab es einen König, der gern und viel aß, am liebsten Rebhühner, doch die waren schwer zu fangen. Das wusste auch der schlaue Kater. Gewitzt lockte er ein paar fette Rebhühner in seinen Sack und brachte sie dem König, wobei er verkündete, mein Herr, der Graf von Karabas schickt euch dieses Geschenk. Der König freute sich so sehr über diese Aufmerksamkeit, dass er den Kater mit ein paar Goldtalern belohnte und dem Herrn Grafen seinen herzlichsten Dank ausrichten ließ. So geschah es nun jeden Tag, daß der Kater dem König einen Leckerbissen brachte, immer im Namen seines Herrn des Grafen. Eines Tages hörte der Kater zufällig, daß der König und die Prinzessin eine Spazierfahrt an den See unternehmen wollten. Geschwind liefen da auch der Kater und sein junger Herr zum See, wo sich der Müllers Sohn splitternackt ausziehen und ins Wasser springen musste. Der Kater aber versteckte eilig die Kleider. Kaum war er damit fertig, kam auch schon die königliche Kutsche angefahren. Da rief der Kater, mein Herr, der Graf wollte hier im See ein Bad nehmen, da hat ein Dieb ihm die Kleider gestohlen, nun ist mein Herr im Wasser und kann nicht heraus. Als der König das hörte, schickte er einen Diener zurück ins Schloss, um neue Kleider zu holen. So kam es, dass der Müllers Sohn die prächtigen Kleider des Königs anzog und tatsächlich wie ein junger Graf aussah. Der König bestand darauf, dass sich der Graf zu ihm und der Prinzessin in die Kutsche setzen solle. Der gestiefelte Kater lief voraus, vorbei an den Wiesen und Feldern eines mächtigen Zauberers. Den Bauern dort befahl er, sagt dem König, die Ländereien gehören dem Grafen von Karabas. Und so geschah es, denn die Leute fürchteten sich vor dem merkwürdigen Tier. Als der Kater zum Schloss des Zauberers gelangte, trat er keck ein und sprach, man sagt, du kannst dich in jedes beliebige Tier verwandeln. Es scheint mir aber ganz unmöglich, dass du dich in einen Elefanten verwandeln kannst. Der Zauberer meinte stolz eine Kleinigkeit für mich und schon stand ein riesiger Elefant im Raum. Der Kater tat ganz beeindruckt und rief unglaublich, sicher kannst du dich aber nicht in ein so kleines Tier wie eine Maus verwandeln. Als der Zauberer gleich darauf als Maus im Zimmer herumsprang. Mit einem Satz fing da der schlaue Kater die Maus und fraß sie einfach auf. Da kam auch schon die königliche Kutsche vorgefahren. Der Kater öffnete die Wagentür und sagte, Herr König, ihr gelangt hier in das Schloss meines Herrn des Grafen. Der König wunderte sich über das prächtige Gebäude, das fast schöner war als sein eigenes Schloss. Der Graf führte die Prinzessin in einen Saal, der von Gold und Edelsteinen glitzerte. Da beide großen Gefallen aneinander fanden, ward die Prinzessin dem Grafen versprochen, so dass es bald ein rauschendes Hochzeitsfest zu feiern gab. Als der alte König eines Tages starb, ward der Graf König und der gestiefelte Kater sein erster Minister. Rapunzel Rapunzel Es waren einmal ein Mann und eine Frau. Die wünschten sich schon lange vergeblich ein Kind, doch endlich war die Frau guter Hoffnung. Eines Tages sah sie aus dem Fenster und entdeckte im Garten einer Zauberin frische grüne Rapunzeln. Nach denen bekam sie so großes Verlangen, dass sie bald ganz blass und elend aussah. Ach, seufzte die Frau, wenn ich keine Rapunzeln aus diesem Garten zu essen bekomme, dann sterbe ich. Der Mann, der sie lieb hatte, nahm all seinen Mut zusammen und schlich in der Abenddämmerung in den Garten. Eilig erntete er eine Hand voll Rapunzeln und brachte sie seiner Frau, die sie sogleich aß. Sie hatten ihr aber so gut geschmeckt, dass sie am nächsten Tag dreimal so viel Appetit bekam. Also schlich der Mann wieder in den Garten, doch diesmal sah er die Zauberin vor sich stehen. Wie kannst du es wagen, mich zu bestehlen, rief sie zornig. Das soll dir schlecht bekommen. Der Mann flehte um Gnade und gestand, warum er die Rapunzeln genommen hatte. Da sprach die Zauberin, nimm Rapunzeln so viel du willst, doch du musst mir das Kind geben, was deine Frau zur Welt bringen wird, es soll in seiner Angst willigte der Mann ein. Als seine Frau bald darauf das Kind gebar, erschien die Zauberin, gab ihm den Namen Rapunzel und nahm es mit sich fort. Rapunzel wurde das schönste Kind unter der Sonne. Als es zwölf Jahre alt war, schloss es die Zauberin in einen Turm im Wald, der weder Treppe noch Tür hatte, nur ganz oben war ein kleines Fenster. Wenn die Zauberin hinein wollte, rief sie, Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Rapunzel hatte lange prächtige Haare, die sie um einen Fensterhaken wickelte und der Zauberin hinab warf. Die stieg daran herauf. Nach ein paar Jahren ritt ein Prinz durch den Wald und kam an dem Turm vorüber. Da hörte er einen Gesang, der war so lieblich, dass er anhielt und lauschte. Das war Rapunzel, die sich in ihrer Einsamkeit die Zeit vertrieb. Der Prinz wollte zu ihr hinaufsteigen, aber es war keine Tür zu finden. Da ritt er heim. Doch der Gesang hatte ihn so verzaubert, dass er nun jeden Tag in den Wald kam. Eines Tages beobachtete er, wie die Zauberin ihren Spruch rief und hinaufkletterte. Am Abend stellte er sich selbst vor den Turm und rief Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Alsbald fielen die Haare herab und der Prinz stieg hinauf. Rapunzel erschrak gewaltig, als ein fremder Mann zu ihr hereinkam, doch der junge Königssohn war freundlich und erzählte ihr, wie sehr ihm ihr Gesang gefallen habe, sodass er sie selbst habe sehen müssen. Da verlor Rapunzel ihre Angst und als er sie fragte, ob sie mit ihm gehen wolle, sprach sie, ich will gern mit dir gehen, doch ich kann nicht hinab, so bring jedes Mal einen Strang Seide mit, daraus will ich eine Leiter für mich flechten. Der Königssohn kam nun jeden Abend und die Zauberin merkte nichts, bis sich Rapunzel einmal verplapperte und den Königssohn erwähnte. Da wurde die Zauberin furchtbar zornig, schnitt Rapunzels schöne Haare ab und brachte das Mädchen fort in einer Einöde, wo es von nun an elendig leben musste. Den abgeschnittenen Zopf knotete die Zauberin am Fenster hakenfest. Als der Königssohn am Abend kam, kletterte er arglos hinauf. Oben erschrak er, die Zauberin erwartete ihn und rief höhnisch, Rapunzel findest du hier nicht länger, bevor sie den Prinzen vom Turm stieß. Er fiel in einen Dornenbusch, der ihm die Augen zerkratzte. Blind und verzweifelt irrte er nun durchs Land, bis er eines Tages den lieblichen Gesang einer vertrauten Stimme vernahm. Er hatte Rapunzel wiedergefunden, weinend umarmten sie sich und Rapunzels Tränen benetzten seine Augen. Da wurden sie wieder klar und er konnte sehen wie zuvor. Zusammen gingen sie auf des Prinzen Schloss, wo sie noch lange glücklich lebten. Schneewittchen Es war einmal eine wunderschöne Königstochter mit Namen Schneewittchen. Die wurde von allen geliebt, außer von ihrer bösen Stiefmutter. Diese hatte einen Zauberspiegel, den sie jeden Tag fragte, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und der Spiegel antwortete jedes Mal, Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land. Eines Tages aber hörte die Königin stattdessen, dass Schneewittchen tausendmal schöner sei als sie selbst. Da wurde sie furchtbar wütend und befahl dem Jäger, Schneewittchen in den Wald zu bringen und zu töten. Der gute Mann aber hatte Mitleid mit dem armen Mädchen und riet ihm, davon zu laufen und niemals zurückzukehren. So lief Schneewittchen den ganzen Tag über Stock und Stein, vorbei an wilden Tieren, doch die taten ihm nichts. Abends kam es an ein einsames Häuschen, alles in diesem Häuschen war seltsam klein. In der Stube stand ein gedecktes Tischchen mit sieben Tellerchen und sieben Becherchen. Das Mädchen aß von jedem Teller eine Kleinigkeit, und weil es so müde war, legte es sich auf eines der sieben Bettchen und schlief ein. Bald darauf kamen die Bewohner des Häuschens zurück. Es waren die sieben Zwerge, die tagsüber in den Bergen nach Erz suchten. Die Zwerge waren voller Mitleid für das Mädchen, als sie es fanden und seine Geschichte hörten. Sie boten ihm an, bei ihnen zu bleiben, gern willigte Schneewittchen ein und versorgte von nun an den Haushalt der Zwerge. Sie alle führten ein zufriedenes Leben miteinander. Eines Tages aber befragte die böse Königin erneut ihren Zauberspiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und der antwortete, Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, doch Schneewittchen über den Bergen, bei den sieben Zwergen, ist noch tausendmal schöner als ihr. Da wusste sie, dass der Jäger sie betrogen hatte, Schneewittchen war noch am Leben. Nachdem sie aufs Neue überlegt hatte, wie sie es töten könnte, verkleidete sich die Königin als Bauersfrau, nahm einen Korb mit schönen roten Äpfeln und machte sich auf den Weg über die Berge zu den sieben Zwergen. Sie klopfte an die Tür des Zwergenhauses und bot dem arglosen Schneewittchen von den Äpfeln an. Doch als es den ersten Bissen getan hatte, fiel das Mädchen wie tot zur Erde, denn der Apfel war vergiftet. Zufrieden eilte die böse Königin nach Hause, die Zwerge aber waren untröstlich traurig, als sie am Abend das leblose Schneewittchen fanden. Sie legten es in einen gläsernen Sarg, doch selbst nach einigen Wochen sah es noch immer so frisch aus wie ein lebendiger Mensch, sodass die Zwerge es nicht begraben wollten. Eines Tages ritt ein Prinz durch den Wald. Er verliebte sich unsterblich in Schneewittchen und bat die Zwerge, es mit auf sein Schloss nehmen zu dürfen. Die mitleidigen Männer willigten ein. Als sie aber den Sarg durch den Wald trugen, stolperte der kleinste Zwerg über eine Baumwurzel und der Sarg wankte bedrohlich. Durch diese Erschütterung jedoch löste sich das Apfelstück in Schneewittchens Hals, das Mädchen schlug die Augen auf und war wieder ganz lebendig. Gemeinsam gingen sie nun auf das Prinzens Schloss, wo sie ein langes glückliches Leben führten. Die Bremer Stadtmusikanten Es hatte ein Mann einen Esel, der lange Jahre treu die Säcke zur Mühle getragen hatte. Doch nun war der Esel alt und taugte nicht mehr zur Arbeit. Da dachte der Herr daran, den Esel vom Hof zu jagen. Der Esel merkte das, lief fort und machte sich auf den Weg nach Bremen. Er Er Stadt und als er ein Weilchen gegangen war, fand er einen Jagdhund schnaufend am Wegesrand liegen. »Was jabst du denn so?« fragte der Esel. »Ach«, klagte der Hund, »weil ich nicht mehr jagen kann, wollte mich mein Herr totschlagen. Da habe ich Reis ausgenommen. Doch wovon soll ich nun leben?« »Dann komm mit mir«, sprach der Esel. »Ich gehe nach Bremen und werde Stadtmusikant.« Der Hund willigte ein, und sie gingen weiter. Bald darauf trafen sie eine Katze. Die machte ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter. »Welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen?« fragte der Esel. »Ach, weil ich alt geworden bin und keine Mäuse mehr jagen kann, wollte mich meine Frau ersäufen. Da bin ich davon gelaufen, und nun weiß ich nicht, wohin.« »Komm mit uns nach Bremen.« »Du verstehst dich doch auf Nachtmusik«, meinte der Esel. Die Katze fand das gut und ging mit. Darauf kamen die drei an einem Hof vorbei. Da saß auf dem Tor ein Hahn und schrie aus Leibeskräften. »Warum schreist du denn so?« fragte er. »Stellt euch vor, ich soll morgen in der Suppe landen.« »Dann schließ dich uns an. Deine Stimme können wir gut gebrauchen«, antwortete der Esel. Der Hahn ließ sich den Vorschlag gefallen, und sie gingen alle zusammen weiter. Abends kamen sie in einen Wald, wo sie übernachten wollten. Der Hahn flog bis in die Spitze eines Baumes und sah sich um. Da entdeckte er in der Ferne das Licht eines Hauses. Also machten sich die vier Musikanten auf den Weg dorthin und standen bald vor einem Räuberhaus. Der Esel schaute durchs Fenster und sah einen köstlich gedeckten Tisch. Daran saßen Räuber und ließen es sich gut gehen. Da überlegten die Tiere, wie sie die Räuber davonjagen könnten, und hatten bald eine Idee. Der Esel stellte sich mit den Vorderfüßen auf das Fenster. Der Hund sprang auf dessen Rücken. Die Katze kletterte auf den Hund, und der Hahn flatterte auf den Kopf der Katze. Dann fingen sie an, Musik zu machen. Der Esel schrie, der Hund bellte, die Katze miaute und der Hahn krähte. Dabei stürzten sie durch das Fenster in die Stube hinein. Die Räuber erschreckten sich fürchterlich und flohen in den Wald. Die Tiere aber setzten sich an den Tisch und labten sich an all den Köstlichkeiten. Anschließend waren sie müde und legten sich schlafen. Jeder suchte sich ein gemütliches Plätzchen. Als alles still und dunkel war, schickten die Räuber einen von ihnen vor, um nachzusehen, ob die Luft rein wäre. Der Räuber wollte ein Licht anzünden. Weil er dachte, die glühenden Augen der Katze am Ofen wären brennende Kohlen, hielt er ein Schwefelhölzchen daran. Das aber fand die Katze gar nicht lustig und zerkratzte ihm das Gesicht. Der Räuber wollte Reißaus nehmen, doch auf der Flucht biss ihn der Hund ins Bein und der Esel trat mit den Hinterbeinen nach ihm. Der Hahn, aus dem Schlaf geschreckt, machte einen Heidenlärm und rief immerfort Kikri-Kiki. Als es der Räuber endlich zurück zu seinem Hauptmann geschafft hatte, berichtete er, eine gräuliche Hexe hat mich angegriffen und mir mit ihren langen Fingernägeln das Gesicht zerkratzt und hinter der Tür stand ein Mann mit einem Messer, der hat mich ins Bein gestochen und im Hof lauerte ein schwarzes Ungeheuer, das hat mich mit einer Keule geschlagen und oben vom Dach kreischte ein Teufel, haltet den Dieb! Der Froschkönig Es war einmal ein König, dessen Töchter waren alle schön. Doch die Jüngste war so schön, dass selbst die Sonne sich wunderte, wann immer sie ihr ins Gesicht schien. Als es eines Tages recht heiß war, saß das Königskind an einem Brunnen im Schatten eines Baumes und spielte mit einer goldenen Kugel. Nun geschah es aber, dass die goldene Kugel beim Spielen in den tiefen Brunnen fiel. Die Königstochter weinte bitterlich über das verlorene Spielzeug, als plötzlich ein dicker grüner Frosch aus dem Wasser blickte und quakte »Was gibst du mir dafür, dass ich deine Kugel wieder heraufhole?« Die Königstochter erwiderte »Was du haben willst, lieber Frosch, meine Kleider, meine Perlen und Edelsteine und auch meine goldene Krone?« »Die mag ich nicht«, sagte der Frosch, »aber wenn du mich liebhaben willst und ich darf dein Freund sein, an deinem Tischlein sitzen, in deinem Bettlein schlafen, will ich hinabsteigen und dir die goldene Kugel holen.« Die Königstochter versprach es, doch insgeheim dachte sie, »Der hässliche Frosch könne doch keines Menschen Freund sein.« Da tauchte der Frosch ins Wasser hinab und kam nach einem Weilchen wieder heraufgeschwommen die goldene Kugel im Maul. Er warf sie ins Gras. Die Königstochter nahm sie auf und lief damit fort. »Warte, warte«, rief der Frosch, »nimm mich mit, ich kann nicht so schnell laufen wie du.« Doch sie hörte nicht auf ihn, lief nach Hause und hatte den armen Frosch alsbald vergessen. Am nächsten Tag, als der König und seine Töchter gerade an der Mittagstafel saßen, klopfte es am Tor und jemand rief quakend, »Königstochter Jüngste, mach mir auf!« Verwundert fragte der König, wer denn da Einlass begehre, und da blieb der Tochter nichts übrig, als dem Vater von ihrem Versprechen an den Frosch zu erzählen. Der König aber meinte, »Was du versprochen hast, musst du auch halten, geh und mach ihm auf!« Und so geschah es, dass der Frosch hereinhüpfte und an der Tafel Platz nahm. Dann verlangte er, vom goldenen Teller der Königstochter essen zu dürfen. Sie zauderte, doch der König befahl es. So schob sie dem Frosch das Tellerchen zu, sie selbst aber brachte nun keinen Bissen mehr hinunter. Als der Frosch sich satt gegessen hatte, war er müde und forderte von der Königstochter, dass sie ihn in ihr schönes, seidenes Bett tragen solle. Da fing sie an zu weinen, denn sie fürchtete sich vor dem kalten Frosch, den sie nicht zu berühren wagte. Der König aber wurde zornig und sagte, »Wer dir geholfen hat, als du in Not warst, den sollst du nun nicht verachten.« Da packte sie den Frosch mit zwei Fingern, trug ihn in ihr Schlafgemach und setzte ihn in eine Ecke. Der Frosch aber quakte, denn er wollte ebenso bequem schlafen und sprang auf das Bett der Königstochter. Die aber wurde bitterböse, nahm den Frosch und warf ihn mit aller Kraft gegen die Wand. »Nun wirst du endlich Ruhe geben, du garstiger Frosch!« Als er aber herabfiel, war er kein Frosch mehr, sondern ein Königssohn mit schönen, freundlichen Augen. Vor Jahren war er von einer bösen Hexe verwünscht worden und allein die Königstochter hatte ihn aus dem Brunnen erlösen können. Da hielt er um ihre Hand an und sie willigte freudig ein. Am nächsten Morgen fuhr eine prächtige Kutsche mit acht weißen Pferden vor, um das Paar in das Reich des jungen Königssohns zu bringen. Entlang der Straßen standen die Untertanen und jubelten vor Freude darüber, dass ihr Herr nun erlöst und glücklich war. Frau Holle Eine Witwe hatte zwei Töchter. Eine war schön und fleißig, die andere hässlich und faul. Sie hatte aber die hässliche und faule viel lieber, weil sie ihre richtige Tochter war, und die andere musste alle Arbeit tun. Das arme Mädchen saß täglich am Brunnen und musste so viel spinnen, dass ihm das Blut aus den Fingern sprang. Nun geschah es, dass die Spule einmal ganz blutig war. Da bückte es sich, um sie im Brunnen abzuwaschen, aber sie sprang ihm aus der Hand und fiel hinab. Als das Mädchen der Stiefmutter von dem Unglück berichtete, schallt die es heftig und sprach, »Hast du die Spule hinunterfallen lassen, so hol sie auch wieder herauf!« Da ging das Mädchen zu dem Brunnen zurück. In seiner großen Angst sprang es hinein, um die Spule zu holen, und verlor die Besinnung. Als es wieder erwachte, sah es ein kleines Haus. Daraus guckte eine alte Frau, die rief, »Fürchte dich nicht, liebes Kind, bleib bei mir. Wenn du alle Arbeit im Hause ordentlich tun willst, so soll es dir gut gehen. Du musst nur mein Bett fleißig aufschütteln, dass die Federn fliegen, dann schneit es in der Welt. Ich bin die Frau Holle.« Das Mädchen willigte ein und begab sich in ihren Dienst. Es besorgte auch alles zu Frau Holles Zufriedenheit und schüttelte ihr das Bett immer gewaltig auf, dass die Federn wie Schneeflocken umherflogen. Dafür hatte es ein gutes Leben bei ihr. Doch mit der Zeit bekam es Heimweh, obgleich es ihm hier vieltausendmal besser ging als zu Haus. Weil das Mädchen ihr so treu und tüchtig gedient hatte, wollte es Frau Holle selbst wieder hinaufbringen. Sie führte es vor ein großes Tor, und wie das Mädchen gerade darunter stand, fiel ein gewaltiger Goldregel seine Geschichte, und die Mutter wollte der hässlichen und faulen Tochter gerne dasselbe Glück verschaffen. Sie musste sich an den Brunnen setzen und spinnen, und damit ihre Spule blutig ward, stach sie sich in den Finger. Dann warf sie die Spule in den Brunnen und sprang selber hinein. Auch sie gelangte so zum Haus der Frau Holle und trat in ihren Dienst. Am ersten Tag war sie noch fleißig, denn sie dachte an das viele Gold, das sie bekommen würde. Am zweiten Tag aber fing sie schon an zu faulenzen. Die Prinzessin auf der Erbse Es war einmal ein Prinz, der wollte gerne eine Prinzessin heiraten, aber es sollte eine wirkliche Prinzessin sein. Da reiste er in der ganzen Welt herum, um eine solche zu suchen. Er reiste von Nord nach Süd, von Ost nach West und wieder zurück. Doch immer kam ihm etwas in die Quere. Prinzessinnen gab es genug, ob es aber wirkliche Prinzessinnen waren, konnte er nicht herausfinden. Immer gab es etwas, das nicht so ganz in Ordnung war. Da kam er denn wieder nach Hause und war sehr traurig, denn er wollte doch so gern eine richtige Prinzessin haben. Eines Abends zog ein furchtbares Gewitter auf, es blitzte und donnerte, der Regen floss in Strömen, es war ganz entsetzlich. Da klopfte es an das Schloßtor und der alte König ging hin, um aufzumachen. Es war eine Prinzessin, die draußen vor dem Tore stand. Aber, o Graus, wie sah die von dem Regen und dem grässlichen Wetter aus? Das Wasser lief ihr von den Haaren und Kleidern herunter, es lief in die Schuhe hinein und an den Hacken wieder heraus, und doch sagte sie, dass sie eine wirkliche Prinzessin sei. Ja, das werden wir schon herauskriegen, dachte die alte Königin. Aber sie sagte nichts, ging in die Schlafkammer, nahm alle Betten ab und legte eine Erbse auf den Boden der Bettstelle. Dann nahm sie zwanzig Matratzen und legte sie auf die Erbse und danach noch zwanzig Eiderdaunenbetten über die Matratzen. Darauf musste nun die Prinzessin die ganze Nacht liegen. Am Morgen wurde sie gefragt, wie sie geschlafen habe. Oh, furchtbar schlecht, sagte die Prinzessin. Ich habe fast die ganze Nacht kein Auge zugetan. Wer weiß, was da im Bette gewesen ist. Ich habe auf etwas Hartem gelegen, so dass ich ganz grün und blau am Körper bin. Es ist entsetzlich. Nun sahen sie ein, dass es eine wirkliche Prinzessin war, weil sie durch zwanzig Matratzen und zwanzig Eiderdaunenbetten hindurch die Erbse gespürt hatte. So empfindlich konnte niemand sein als eine Prinzessin. Da nahm der Prinz sie zur Frau, denn nun wusste er, dass er eine wirkliche Prinzessin hatte. Und die Erbse kam ins Museum, wo sie noch heute zu sehen ist, wenn niemand sie gestohlen hat. Seht, das war eine wahre Geschichte.